Hallöchen ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem weiteren Bad von Alex und gleichzeitig auch zum letzten Bad in dieser Aufnahmesession. So, wir fahren ein Stückchen hoch. Ich bewaffne mich gleich. Hier ist es schon wieder zu ruhig. Wir sammeln ein Machtstoß. Machtstoß, Machtwelle. Wir laufen mal im Kreis herum. Das ist echt sonderbar, dass hier keiner ist. Und so, Körperschild. Passt, hätten wir alles. Dann schalten wir den Kerl. Ah, da ist noch was. Machtwelle, Machtwelle. Da drüben auch noch was. Drohnenkontrolle und noch einmal. Und wir schalten den Krippel aus. So meine ich das nicht. Ach so, da geht noch ein Text weiter. An meiner Seite wird immer ein Platz für dich sein. Gemeinsam sind wir stark. An meiner Seite wird immer ein Platz für dich sein. Gemeinsam sind wir stark. Ja, ich weiß. Ich werde darüber nachdenken. Ach ja, und... Vielen Dank nochmal für deine Hilfe. Ohne dich hätte ich das alles niemals geschafft. Ja, gerne. Mehr als nur Freunde. Brrrr. Mhm. Ich sag, es ist unsere bessere Hälfte. So, Konverterhauptschalter. Und abschalten den Dreck. Okay. So muss das ausschauen. Schluss aus mit dem Dreck. So ist gut. Schön. Kaya wird unsere Freundin. Juhu. So ein fesches Mädel. Wirklich wahr. Und schlau ist sie auch noch. Und mächtig. Oh, hallo. Mit euch habe ich jetzt gerade nicht gerechnet. Ich glaube, er ist jetzt schon wieder rausgegangen. Ähm, das ist dann noch nicht der Fall. Braucht ein bisschen Energie. Na, wo haust du hin, Freund? So, hin ist der Krippel. Passt. Schön ausblündern. So ist gut. Objektsicht nehmen wir mit. Sonst noch irgendwas. Schaut nett aus. Dann schauen wir mal da rauf. Und da raus. Und da schneit's. Dann gehen wir da rauf. Weil da hinten irgendwo gibt es sicher wieder Items. Für uns, hoffe ich. Zumindest. Na, würdest du? Na, schau, wer da ist. Ein Hampelmann. Ich. So. Sehr gut. Gibt's hier was für uns? Da oben glaube ich auch nicht. Außer den Tod, weil ich runterfallen würde. Na, da ist nix. Dann gehen wir weiter. La, 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 la. So, was haben wir hier auf der Mitte? Oh, da liegt einiges an Gravel. Das nehmen wir gerne mit. Sehr gerne nehmen wir das sogar mit. So, immer her damit. Ein Kronstück wäre auch cool. Strahlungsgeschoss. Aha. Schrapnellgeschoss. Das war jetzt aber schon ein bisschen viel. Das war ein bisschen viel, aber im positiven Sinne. Sonst glaube ich, wird da nix sein. Schauen wir mal da rauf. Ähm, speichern. Stimmt. Speichern werden wir das Ganze noch. Dann haben wir den ersten Konverter ja schon hinter uns. Da fehlen nur noch zwei. Wir können uns ja schon mal auf den Weg zum nächsten machen. Da wir schon hier sind, ne? Würde ja gehen. Da ist niemand. Da ist nichts. Okay. Dann schauen wir noch da rüber. Dann, um sicher zu gehen, dass wir auch alles haben. Ja, da ist auch niemand. Passt. Dann porten wir uns wieder. Ich würde sagen, gleich hier runter. und gehen zum nächsten. Wir beeilen uns und verschwinden hier schnell wieder. Ja. Und gehen zum nächsten. Der ist... in der Richtung. Ich hoffe, das passt so. Den Weg mal entlang. Tap, tap, tap. Eigentlich soll ich mal pennen gehen. Das wäre taktisch klüger. So. Das ist die Frage, ob das richtig ist. Ha, ha, ha. Schauen wir mal. Ich glaube, wir schauen in die Richtung. Ja, das könnte passen. Das könnte schon so passen. Gut. Tap, 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 tap. Dann marschieren wir mal. Oha. Oha. Das ist ein bisschen viel. Hm. Das wäre mir am liebsten, ja. Ja. So, zack, zack, zack. Den ersten Hammer habe ich schon nie. Ich habe keine Energie mehr. Ich komme nicht hoch. Gar keine Chance. Den zweiten Hammer. Den dritten Hammer. Und Ende. Aber es ist machbar. Es ist machbar. Gar keine Frage. Es ist machbar. Wir brauchen nur noch fortsetzen. Das geht schon. Das kriegen wir schon hin. Das kriegen wir hin. Das kriegen wir hin. Ich muss ja schnell was futtern. Dann ist das kein Problem. Ähm, Trockenfleisch. Hauen wir runter. Ein Bierl saufen wir noch dazu. Ähm. Dann Storken, Schnapsen dürfen wir nicht. Wofür der ist? Questbedingt. Ich habe keinen Plan. Den Kampf schlagen wir gemeinsam. Ja, das wäre mir sehr recht. Zack. Au. Der ist erledigt. Schnell verstecken. Nein, nein, nein. Ich wollte eigentlich den anderen zuerst. Aber ich sehe es nicht. Was wir haben, haben wir, ne? Energie. 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 Energy. Ja. Ach, Gottchen. Diese Ausdauer, ne? Diese liebe Ausdauer. Ich hasse sie. Ich hasse diese Ausdauer. Die ist nie, niemals nicht. Ausreichend. So. Also sauf mir das alles weg. So. Und nochmal. Weil wir es so gut können. Aber wir kriegen sie mittlerweile schon sehr gut down. Ich hätte nicht gedacht, dass wir noch irgendwann mal diese Achtung! Diese Dinger schaffen. Alter, das war wieder dumm von mir. Na, triffst heute noch was. Jaja, zweimal. Sicher. Kein Problem. Ja, würdest du denn draufhauen? Was stimmt mit dir nicht, du Kerl? Du blödian. Echt. Unfassbar. Hat er Energie? Du, ich mach das. Scheiße, ich mach das nicht. Na. Na. Ich tue da nix. So, wir haben... Jetzt reicht's mir nämlich. Wir haben noch so einen beschissenen, magischen, mächtigen Kackdrank. Zwei sogar. So. Raus mit euch. So. Einen normalen, den sauf ich gleich weg. So. Und dann... Ähm... Noch was zum schnappulieren. Äh... Hier. So. Und das speichere ich jetzt. Das wird jetzt wohl funktionieren. Himmel, Herrgott, Sakrament. So. Ja, ist ja wahr. So. Auf geht's, die Herren. Und die Damen. So. Das wird ja wohl möglich sein. So. Achtung! Was ist mit dir? Blödes... Ding. Komm! Ich bräuchte ein Stim. Wenn ich's erwischen würde. Denk mal was. Geht's? Na, bitte. Eine Drohne ist noch. Die schaffen wir auch noch. Geht ja. Ach, Himmel. Aufstehen, meine Gute. Ach, die ist hin. So. Ist hier gut gelaufen. Alter Schwede. Geht's dir gut, meine Holder? Ja, schaut mir zu schlecht aus. Boah. Okay. Geht ja. So, Bild speichern. Alter Schwede. Und dann gehen wir weiter, ne? So, was haben wir hier? Eisschnabel. Ich glaube, wenn es so weitergeht, kann ich mir noch echt überlegen, ob ich nicht... vielleicht doch noch getratenes Fleisch machen möchte. Einfach so zum Wegessen. So drei, vier Tonnen. Jetzt dachte ich schon, da vorne wäre wieder so ein fieses Monster. Aber das ist nur so ein kleiner Kerl. Na, wo rennst du denn hin? Bist du doof? So, den habe ich nicht gesehen zuerst. Den Kerl da, den großen. Der ist nicht... Ich glaube, der ist nicht gesund, wenn man dann angreift, oder? Wir könnten es mal probieren, weil wenn wir den schaffen, können wir sicher auch mit der, ne? Mit der Schwester vom Duke. Ich habe ja gespeichert. Es wäre wurscht. Eisgigant. Ja, also Flammen richten bei dem schon mal nix aus, ne? Aber so wenig Damage. Macht mal gar nichts. Das ist machbar. Ich glaube, das stimmt. Okay. Ja. Das sage ich auch. Da hat er recht. Das ist echt machbar. Wie cool ist denn das bitte? Gut, wir können speichern. Ist gut. Ist sehr gut. Dann kann man schon eine Aufgabe für das nächste Mal, ne? Für die nächsten... Für die nächste Aufnahmesession. Dann kann man wirklich schon mit der einen da, den einen Typ da plätten, glaube ich. Das dürfte sich ausgehen. So, der ist auch weg. Da sind noch zwei. Der ist auch weg. Und den Dritten schaffen wir auch noch. Hoffe ich. Passt. Sehr gut. Läuft. Ja. Hoffe ich gibt es noch mehr von diesen Scheißviechern hier. Von diesen großen... Aha, Drohne schwörer. Besser, wir beeilen uns und verschwinden hier schnell wieder. Nein, so einfach tun wir das nicht, weil wir sind so ein Konverter, gnädigste. Ungleich. Wenn die Zerchen geholfen ist, dann ziehe ich die Schuhe auf. So. Ja. So ist das. So geht es ja auch barfuß durch die Gegend. Unglaublich. Wo müssen wir eigentlich hin? Wir sind in der Nähe. Aha, den Weg einfach dem Weg folgen. Okay. Da machen wir mal die Tröhnchen hier Platz. Also die Drohnen waren schon mal aggressiver, ne? Ist das... Das hier ist verkehrt, ne? Das stimmt noch nicht so ganz. Na. Darunter müssen wir. So. Ach, du liege Zeit. Die Pflanze nehmen wir auch mit. So. Dann könnten wir theoretisch über die Brücke, wenn ich nicht hängen bleibe. So. Da knurrt es schon wieder. Da haben wir schon wieder zwei Opfer. Kristallraten. Oh, wie die... Au. So, geht ja. Und so. Und weiter. Okay, das ist ein Fluss. Ich dachte schon, was sprudelt da. Der da. Also es ist schon unglaublich, was es hier überall für Gegner gibt, ne? Dahin könnte man schon wieder kämpfen. Da drüben wäre was zum Entdecken. Da drüben wäre was zum Entdecken. Überall. Was? Der da. Ist der schade. So. Zack. 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 So. Passt. Die haben alle drei erwischt, das ist gut. Das ist sehr gut. Wir haben keine Erfahrungspunkte verschwendet. Wir haben auch noch ein Opfer. Alles voll mit Viechern. Alles voll. Brauchen wir 20 Jahre, bis wir da irgendwo hinkommen. Da schwirrt sie. Kampfmaschinchen. Au! Ach, geht ja. Schrott, Haufen, Elendiger. Das ist doch schade. Das hört ja gar nicht mehr auf hier. Ah, sind wir da richtig? Ich glaube. Das schaut gut aus. Das schaut sogar sehr gut aus. Ja, und einen Teleporter haben wir auch. Somit sind wir definitiv richtig, wollte ich sagen. Alter. Ah, Energie fälschen wieder. So, geht das nix, mein Freund. So, ja. Oh, je. Da vorne ist mir so ein ekelhaftes Viech. Ach. Also, ganz ehrlich, das hier ist echt verseucht. Schau, da vorne. Den da. Diese Gegend ist fürchterlich. Fürchterlich. Echt. Phantom, ja. Warum singst du nicht in der Oper? So, gnädigste. Du bist dran. Boah, ich hasse diese Viecher. Eine Watsch und ich bin schon wirklich erledigt. Das ist unglaublich. Bitte lass mich da umstehen bleiben dürfen. Nein. Kann man halt nicht. Trink was. Herbert, trink was. Da ist Eis. Da ist Eis. Da ist Eis. Gut. Trink was. Runde damit. Jetzt ist sie eingegangen. Schön. Das ist echt krass. Auf die weg. Geht ja. Jetzt zauf ich. Aufstehen. Süße. Geht ja. Danke, dass du da warst. Das schaut ungesund aus. Das hätte schief gehen können. Das schaut ungesund aus. Sehr eisenhaltig, ne? So. Boah. Endlich. So. Den wollte ich jetzt noch erreichen, den Teleporter. Jo, ich glaub, das können wir so stehen lassen. Loot man noch fertig. Genau. Dann passt's für heute, glaub ich. Alter Schwede. Ich hasse dich. Mist, Viech. Okay. Passt. In dem Sinne bleib ich mal hier stehen. Jetzt haben wir die Gegend hier etwas gesichert. Und im nächsten Part machen wir dann den Converter hier. Zumindest versuchen wir's. Okay, ihr Lieben. Das war's dann wieder für heute. Ich bedanke mich von ganzem Herzen fürs Zuhören, fürs Zuschauen. Ich muss grad mal schlucken. Wünsche euch einen schönen Tag, einen schönen Abend. Hier nachdem, weil ihr das Video schaut. Und wir hören uns beim nächsten Mal. Tschüssi.